Ich hoffe, ihr schafft es diesmal. Es ist lange Zeit her wieder, denn Harter-Zillendorf ist ja eigentlich der Verein der Meisterschaften. Wir haben ja über 300-400 Jugendmeisterschaften und ihr schafft bestimmt die nächste, da glaube ich dran. Ihr seid wichtig und ihr seid dicht dran und ihr werdet euch jetzt nicht mehr wegdrängen lassen, wenn es auch nur ein Punkt ist. Aber da kämpft man um alles, damit man auch wieder Berliner Meister der Jugend wird. Gut, dann an dieser Stelle auch von mir für die erste Herrenmannschaft alles Gute. In den letzten zwei Spieltagen wird es keinen Weg geben, der an Harter-Zillendorf vorbeiführt und besonders Nesmi, äh Nesmi sage ich schon, Meli und Luis Zwick drücke ich die Daumen und würde mich sehr freuen, wenn das dann klappt und am Ende gebührend gefeiert werden kann. Ja Männer, viele haben gedacht, dass wir stürzen oder dass wir schwächeln und vielleicht das in den Aufstieg im Endeffekt noch vergeigen. Habt ihr aus meiner Sicht mit Teamgeist super hinbekommen. Und gerade das Spiel am Samstag bei Stern, was für mich das wichtigste Spiel des Jahres war. Super Leistung, super Teamgeist und uns kann der Aufstieg nicht mehr genommen werden. Ihr zieht das durch und deswegen toi 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 bis Sonntag. Auf geht's Hertha! Wir, die UL von Hertha-Zillendorf, drücken euch die Daumen, dass wir die letzten beiden spielen auch noch mit zwei Siegen klappen. Auf geht's Hertha! Kappe am Siegen! Den alten Schlacht rufen wir an! Hertha-Zillendorf, hip hip, hurra, hip hip! Also, seit 16 Jahren bin ich hier bei Hertha-Zillendorf, bin in der Zeit zweimal abgestiegen als Masseur und jetzt ist Zeit, dass ich wieder einmal eine Meisterschaft mitfeiern darf. Das ist mein Wunsch und mein Ziel. Danke! Ich drücke euch die Daumen, ich bin der Jürgen, alter Schlachten wohl mal seit 50 Jahren, kann man bald sagen. Und wir müssen Meister werden, hoffe ich. In den nächsten zwei Spielen drücken wir die Daumen und werden für euch schreien. Okay? Tschüssi! Hier ist die Christa Charlotte von Hertha 03. Ich wünsche euch die letzten Spiele, alles toll, toll! Bleibt so weiter, so stark wie bisher! Ja, hallo Jungs! Wir, die wir immer draußen stehen, zittern mit euch, gewinnen mit euch, verlieren mit euch, halten euch die Treue. Aber macht uns bitte die Freude, die nächsten zwei Spiele, haut sie weg! Hallo Spieler und Verantwortliche unserer ersten Männer! Ich möchte euch auf diesem Wege mitteilen, dass wir fest an euch glauben, das Klassenziel, Aufstieg in die Oberliga zu erreichen. Starken und Essegato sollten geschlagen werden. Mit der Konzentration und dem Einsatz und Siegeswillen der letzten beiden Auswärtsspiele ist mir nicht bange. Auf denn, Herr Tana! Lass das zählen los! Männer, wir glauben an euch! Männer, gebt alles in den letzten beiden Spielen, wir sind bei euch! Viel Glück! Jungs, ich kenn das! Die Beine werden weich, aber einfach raus, zweimal gewinnen und ihr habt wieder die Oberliga im Ernst-Reuter-Stadion. Ich drücke die Daumen und bin mit dem Herzen dabei! Viel Erfolg! Hallo Herr Tana! Bei der Meisterschaft 1970 war ich Ballkind hinter dem Tor von meinem Vater. 1979 war ich bereits B-Jugendlicher und habe verfolgt, wie Micha Steinert die Meisterschaft geholt hat. Es war übrigens die letzte Meisterschaft für Zehlendorf. Und daran kann man schon sehen, wie lange das her ist. Ihr habt also die einmalige Möglichkeit, wieder Geschichte zu schreiben. Unterstützt euch, feuert euch an, helft euch gegenseitig auf dem Platz, so wie ihr es die letzten zwei Spiele gemacht habt. Dann packt ihr auch den Titel. Und am Montag gehört die Titelstory in der Fußballwoche euch. Also, auf geht's Zehlendorf! Viel Erfolg! Liebe Männer, in den nächsten zwei Spielen sind mir die Fotos total unwichtig. Hauptsache, ihr habt die sechs Punkte im Sack. Seid weiterhin so ein tolles Team wie bisher. Das war super. Und auf geht's Herr Tana! Hip, 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 hurra, hip, hurra, die Fußballspieler aus Zehlendorf. Jungs, für die letzten beiden Spiele wünsche ich euch alles Gute, viel Glück, macht es so wie wir 1970. Werdet Meister! Hallo Hertha03er, mein Name ist Michael Steinert. Ich war Torwart der letzten Meistermannschaft von Hertha Zehlendorf in der Saison 1978-79. Die Bedingungen damals sind so ähnlich wie heute. Auch wir mussten noch zwei Spiele zwingend gewinnen, um Meister zu werden. Ich kann euch sagen, das war ein geiles Gefühl und wir wollten es. Ihr müsst es auch wollen und dann schafft ihr es auch. Ich drücke euch dafür die Daumen. Ich bin Corolla Schupinski, trainiere die Zehnen von Hertha03 Zehlendorf und wünsche euch auch viel, viel Glück und drücke euch natürlich auf die Daumen. Ich bin Ariane Hings, habe früher mal bei Hertha03 Zehlendorf gespielt, konnte auch ein paar Meisterschaften gewinnen und drücke euch natürlich auch mächtig die Daumen. Ihr schafft es! Ihr schafft es! Blau, weiß, das sind die Farben von Hertha, unserem Verein. Wir sind elf Fußballspieler, elf Freunde wollen wir auch sein. Wir sind elf Fußballspieler, elf Freunde wollen wir auch sein. Hertha Zehlendorf! Von Hertha03 Zehlendorf! Von Hertha03 Zehlendorf! Von Herd an der Reise